Geht zu dir Geht zu dir den Menschen und ladet sie ein, ladet sie ein, Jünger Jesu zu sein. Tauft sie und lehrt sie, was ich befohlen hab, verkündet der Welt das, was ich euch weitergab. Die Wolke der Zeugen durchdringt das ganze Land, unaufhaltsam handelt Gott durch Menschenhand. Wunder und Zeichen, Unglaubliches geschieht, wo diese Wolke der Zeugen durchzieht. Geht zu dir den Menschen und ladet sie ein, ladet sie ein, Jünger Jesu zu sein. Tauft sie und lehrt sie, was ich befohlen hab, verkündet der Welt das, was ich euch weitergab. Nun gehen wir und leben das Evangelium, reden wahrhaftig und niemals drum herum. Nehmen auch mutig Widerspruch in Kauf, so hoffnungsvoll ist unser Christenlauf. Geht zu dir den Menschen und ladet sie ein, ladet sie ein, Jünger Jesu zu sein. Tauft sie und lehrt sie, was ich befohlen hab, verkündet der Welt das, was ich euch weitergab. Die Kraft seines Geistes treibt Gottes Kinder an, weil es keiner aus sich selbst vollbringen kann. Geht zu dir den Menschen und ladet sie ein, ladet sie ein, Jünger Jesu zu sein. Tauft sie und lehrt sie, was ich befohlen hab, verkündet der Welt das, was ich euch weitergab. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die Kraft!